Ja, horchermal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dragonborn. Ich habe alles hier abgeerntet, wie versprochen. Und wir können weitermachen, und zwar, indem wir das jetzt zuerst mal abgeben, oder? Klar, ab in Skaldorf. Da ist er, der Gude. Was denn du da? Wer bist du da? Egal. Schön, euch wiederzusehen. Haben ihr die Elfen in ihrem Schiff gefunden? Ich weiß, dass ihr große Gefahren auf euch genommen habt, um mir diese Karte zu bringen. So bin ich. Es gibt keine Worte, die meine Dankbarkeit ausdrücken könnten. Von nun an betrachten euch die Skarl als ihren Freund. Ich werde euch das Geheimnis des Stahlriemschmiedens aufertauchen. Oh, sehr gut. Wenn ihr mir Stahlriemen hierher zu meiner Schmiede bringt, kann ich euch etwas daraus schmieden. Bis zu unserem nächsten Treffen. Möge eure Jagd immer von Erfolg gekrönt sein. Und mögen eure Äcker reiche Ernte bringen. Okay, du, ich habe... Ja, zunächst braucht man natürlich Stahlriemen. Und dann muss man es verarbeiten. Ach was. Mit Können und Geduld. Es ist so ähnlich wie bei Ebenerz. Ja, ich würde sagen, wenn ihr Ebenerz schmieden könnt, dann wisst ihr alles nötige, um Stahlriemen zu schmieden. Einer unserer Stühle bricht halt aus. Okay, klasse. Werf deinen Blick darauf. Was hast du denn? Stahlringdurch. Stahlreachse. Austreibung. Schatz, soll ich dir mal ein wenig was austreiben? Okay. Dann umhören. Ich habe von Deor gehört, wie ihr nach Baldur gesucht habt. Das war sehr tapfer. Und genau nach dieser Art von Mut suche ich. Soll ich was für dich erledigen? Ganz genau. Ganz genau. Allerdings werdet ihr dafür bezahlt. Ich würde es euch gern erklären. Für mich als Historiker war Solstheim immer äußerst faszinierend. Auf einem Treibzüge. Durch die uralten Ruinen unternommen, die sich überall auf der Insel befinden. Ich kenne diese Ruinen mittlerweile so gut, dass ich aus dem Gedächtnis eine Karte davon zeichnen könnte. Deshalb ist mir der neue Durchgang sofort aufgefallen. Neuer Durchgang? Es ist wohl von einem Erdbeben geöffnet worden. Aha. Sehr gut. Von der Lahn. Tch. Okay. Schmiede. So, wo ist denn dieses Starrie? Okay, Starrie im Bogen. Das könnte ich machen. Stahlbahnen und Lederstreifen brauche ich. Aha. Jetzt vergleichen wir das mal. Hersteller 69 und bei Tedra 92. 92, ne? Das ist doch wieder kein Vergleich, ne? Leider. Genauso wie bei Bone Mold. Da brauche ich wieder nichts, da brauche ich wieder nichts herstellen von dem Starrie im Zeug. Ah, aber Schmuck. Gibt es jetzt da irgendwas mit diesem Herzzeug? Ne. Wozu habe ich denn diesen Herzstein? Oder mache ich den doch mit? Brauche ich den hierfür irgendwo? Ne? Hm. Dafür? Auch nicht. Wofür brauche ich den Herzstein? Kann man denen hier irgendwas damit machen? Mit dem Herzstein? Ne. Es hat mir wirklich gefehlt, solche Reisen zu unternehmen. Die Weiten von... Die Waffen der Skal werden nicht mit Begeisterung erfüllt. Okay. Okay. Dann schauen wir mal. Also wir hätten jetzt das hier, den... Ja, wo auch immer halt der ist. Verlorenes Erbe. Sollen wir das gleich mal weitermachen? Oder was haben wir hier noch? Verschiedenes? Totes Banditen. Finde das schwarze Buch in Telmedrins Turm. Wo ist denn der? Hä? Da gehen wir halt mal rein. Wieso ist der da drin? Ich dachte, da war ich schon. Hm. Ist egal. Wir können ja nochmal rein. Ähm. Ne, da. Da. Ist ja kein Problem. Wird von jemand anderem benutzt. Du bist ja dreist, dass du einfach vorrei... Reist. Reitest. Reist. Da ist es. Schlüssel erforderlich. Du, ich besteh dich gern. Haltet still. Lasst mich euch einmal genauer ansehen. Anzeichen des Wahnsinns. Verlust der Eigenwahrnehmung. Schwarze Flecken im weißen Auto. Ich lebe in der Parallelwelt. Doch hängt hier die Hinweise auf Hermäers Moras fortwährenden Einfluss. Mhm. Nein. Ihr seht gut aus. Zumindest nicht anders als bei unserer ersten Begegnung. Wer? Ach, der. Ja, ich schätze, ihr habt ihn getötet. Oder Hermäers Morer hat sich gegen ihn gewandt, als er wie der sichere Sieger aussah hat. Oder ein wenig von beiden. Solzheim ist von mir Reakseinfluss befreit. Daher dachte ich mir schon, dass ihr alles geregelt hättet. Warum? Gab es irgendetwas Interessantes? Hm. Was ihr Helden eben so tut, nicht wahr? Wenige hätte ich auch nicht erwartet. Nur noch diese schwarzen Bücher. Leider habe ich keine weiteren gefunden. So viel verlorenes Wissen. Du hast doch da eins direkt drin. Speichern wir mal. Das Haus des Chaos. Und wie komme ich dann da rein, wenn das jetzt... Habe ich was zum Endzauber? Ich lebe die kühle Luft. Nein. Sie ist anregend. Vielleicht liegt es an meinem Nordblut, aber sie gibt mir das Gefühl... Wie schön. Habt ihr Varona gesehen? Ich bin hungrig. Oh, Verzauberung. Das ist nicht lächerlich. Natürlich kann ich da... Die Frage ist jedoch, sollte ich... Ja. Ich schätze, wenn ihr es richtig machen wollt, dann ist... Ah, nee. Das ist mir zu teuer. Was hast du denn zu verkaufen? Hauptsächlich Stäbe. Das ist meine Spezialität. Wichtige... Was kann ich dir verkaufen? Schriftrollen. Okay. Oh, nein. Nö, wenn du nichts mehr hast. Nö, nö, nö. Nein, ich hab die... Nein! Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Okay. Okay. Mann, selber. Ich bin ein Hochmagier des Hauses Telbani. Ich lasse andere meinen Tee zubereiten. Wie ihr befehlt. Endlich jemand, der meine Bedeutung hier erkennt. Nein! Verdammt. Oh, Herzsteine hätte ich genügend. Andernfalls könnte ich euch sagen, wo ihr welche findet. Hervorragend. Den nehme ich. Hier, ein paar Septime für euch. Toll! Okay. Das war's. So gesehen... Wo hab ich nur... Ach, genau. ...geschlossene Herzsteine. Irgendwie hab ich das Gefühl gehabt, da wäre jetzt noch ein wenig mehr dahinter gewesen, hinter der Quest. Ah, naja. Man kann nicht... Nerewababab am Roten Berg. Aha. Religion des Kaiserreichs. Das Leben der Heiligen. Axtkämpfer. Tür an der Geiste. Oder des Windes. Tja, ich würd da gern rein. Aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Da ist ein Schlüssel erforderlich, den wir nicht haben und der uns nicht geben kann. Okay, dann suchen wir halt einmal die... ...das Mähle. Würde ich sagen. Diener wie der Willen. Okay. Ja. Ah. Was ist das? Ja. Ja. Danke. Das hat sie. Schnell. Ich lenke Meister Nelat ab. Spannisch. Oh. Ey. Ey. Ah. Das... So haben wir das eigentlich nicht gedacht hier. Puh. Das war schon alles. Wirklich? Pfft. Pfft. Habt ihr nichts drauf? Pfft. Ja. Ja. Okay. Wo ist denn der Talwass? Der ist zu seinem Meister hoch, ne? Tel mit drin. Jetzt darf ich mal als erster nach oben. Ah. No. No. Was ist passiert? Ich bin gestatzt. Ganz dumm. Ja. Aber du, hm? Ja. Du bist wieder unsterblich. Nein. Ich wollte nicht nach oben. Verdammt nochmal. Kommst du hoch? Oder soll ich runter? Schweben wir halt immer runter. Habt ihr euch um den Aschenwächter gekümmert? Den hab ich zerstört. Welche Erleichterung. Meister Nelot hätte mich sicher bestraft, wenn er davon gehört hätte. Ich habe leider kein Gold. Aber nehmt diesen Stab. Was ist denn da schief gegangen? Wie sich herausstellt, braucht man einen Herzstein, um ihn richtig zu wirken. Ich hatte keinen bei mir, als ich ihn gewirkt habe. Könnte ich dir geben. Wenn man den Zauber ohne Herzstein wirkt, greift der Wächter alles an, was er sieht. Hast du Verona gesehen? In letzter Zeit nicht. Verona. Nelot hält mich mit der Zauberforschung mehr als beschäftigt. Fragt Elinnea. Sie scheint mit Verona befreundet zu sein. Kannst du mir in Beschwerung unterrichten? Ja, aber erzählt es nicht, Meister Nelot. Ah ja, das ist perfekt. So kleine Dinge. Und einen der Häuschen würde ich annehmen. Haus des Dieners. Ach so, aber das ist ja der, mit dem ich gerade gesprochen habe. Dann hilft mir das wahrscheinlich wenig. Todes Malen. Ne, das kenne ich ja schon wirklich in- und auswendig, dieses Buch. Dieb der Tugend. Natürlich ein Troll. Die Gewandelten. Moment, hoffentlich von der Räderan. Okay. Ruhe. Nichts Interessantes. Warum kommt hier ein Hörter? Stimmt. Ah, deswegen. Dann. Der Arzt. Nein, 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 nein. Ja. Super. Kommt drüber hier. Ich verstecke mich unter den Pits. Ich will jetzt eigentlich keinen Drachen bekämpfen. Vor allem keinen Alten. Warte mal, hab ich denn jetzt stärkere Pfeile. Das ist doch schon wieder... Ich schieße doch schon wieder Stahlpfeile oder irgendwas. Elfenpfeile, na gut. Oh Gott, da hab ich nur einen. Da hab ich nur acht. Das bringt's jetzt auch wenig. Okay. Komm schon. Steinlager. Das ist Steinlager. Da gibt's das. Ich komm hier nicht aus meiner Deckung raus. Das kannst du sowas von vergessen, falls du da drauf baust. Lohn, Lohn. Oh. Naja, nicht mit mir. Geh du nochmal auf meine Frau. Die hat's eh mehr verdient wie ich. Oh. Fängt schon an. Hab ich hier irgendwas Gutes? Gegen Gift, Regeneration. Wer hab ich nicht? Ich hab ich nicht. Am besten wäre jetzt, du bewegst dich da nicht mehr weg, blöde Drache. Das tust du aber. Wow, das war das jetzt. Hallo? Was passiert hier? Töte ich dich halt da vorne, mir doch egal. Na, treffen muss ich dich aber schon. Stürze nieder, aber stürze nicht so schnell, dass ich dich nicht mehr looten kann. Ja, gib schon, gib, 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 gib. Hermit. Ha. Schau, der zweite hier, ne? Oh, was ist denn das? Das ist unmöglich. Hier. Kurze bla 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 von mir. Ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Also leuchtet das jetzt schon wieder blau. Es leuchtet blau. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Und jetzt kann ich im Gegenzug dort für einen Schrei erlernen. Ah, ich weiß noch nicht was. Oh, Sturmruf. Ne. Drachenform. Ah ja, das, das, das sollte ich doch nochmal lernen. Nein. Stärke Rüstung Lindwurm. Mhm. Die Geräusche sind cool. Und der Himmel. Und überhaupt. Und sowieso. Was wollte ich denn jetzt tun? Achso, ich wollte ja eigentlich jetzt gucken, wo diese Frau ist, die Gute. Okay. Aber das machen wir wie immer erst in der nächsten Folge. Bis demnächst. Ciao.